Ich bin die Andrea Henkel. Ich habe im März meine Biathlon-Karriere beendet. Ski, Stöckel und Waffe jetzt an den Nagel gehangen. In den letzten Jahren war ich ja doch öfter mal nicht bei meinem Trainer, dadurch dass ich ab und zu mal in Amerika war. Dann habe ich natürlich auch über das Internet meine Trainingsdaten schicken können. Also mein Leben könnte ich mir ohne Internet gar nicht mehr vorstellen. Vor dem Internet hat man natürlich immer gewusst, wie viel welche Minute beim Telefon kostet. Anrufe, Abgehende, Ankommende und heutzutage Internet an. Gucken, ob WLAN im Hotel ist. Ich finde natürlich sehr wichtig, Kontakt zu einer Familie und zu meinen Freunden zu Hause. Und seitdem das Internet überall präsent ist, ist es sehr viel einfacher geworden und ich nutze das auch.